Hauptbahn, der Zukunft nur wenige Minuten, Aufenthalt. Hallo Sie. Ach, meinen Sie etwa mich? Ja, haben Sie Lust auf ein kleines Spielchen? Gern, wenn es nichts Unanständiges ist. Ach was? Schade. Karten spielen. Können Sie Karten spielen? Ich glaube, nicht Splitteres. Na ja, macht nichts. Ich zeig's Ihnen. Ah, das ist nun wieder nett von Ihnen. Macht nichts. Bin immer so. Ach, ist das aufregend, wie nett Sie sind. Na? Na? Mischen. Karten mischen. Ach so. Ach, ist das aufregend zum Karten. Mann, Sie haben vielleicht ne Ahnung. Ja, ne? Das merkt man gleich. Na? Na? Abheben. Was soll ich? Abheben. Das klappt doch sowieso nicht. Was klappt sowieso nicht? Was sehen Sie hier? Das klappt nicht. Nicht ein Zentimeterchen. Spaßvogel, was? Erkannt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stimmt. Sie müssen reizen. Das hab ich ja geahnt. Aber Mann, doch nicht so. Gefällt's Ihnen etwa nicht? Ach was. Pieck. Ne, nun auch nicht. Pieck. Na gut, aber nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch. Pieck. Halten Sie mal die Luft an, ja? Reicht. Bein, dann wär ich geplatzt. Sie müssen bedienen. Bedienen? Dann gehen Sie doch selbst in den Speisewagen. Herz sticht. Ach, das tut mir aber leid. Da will ich Ihnen mal lieber doch was aus dem Speisewagen holen. Warten Sie mal einen Punkt, ja? Ja. Herz setzt aus. Ganz übertreibend, sag mal Sie. Und Sie sehen doch kerngesund aus. Also schön, schön, schön. Ich sehe schon, Sorum hat das mit Ihnen keinen Zweck. Was meinen Sie denn jetzt mit Sorum? Also vorhin waren Sie aber netter. Dann lassen Sie das mal, ja? Bitte. Also, mach ich eben Schluss. Schade. So. Jetzt hab ich bloß noch eine Dame im Petto. Freut mich, für Sie soll reinkommen, die alte Blödkröte. Sie kommen raus. Ich denke gar nicht dran, die kann doch reinkommen oder ich rausgehe. Es genügend Platz frei. Los. Hosen runter. Ich glaube, es geht los. Das hab ich ja geahnt. Nein. Ich weigere mich. Ich bin doch kein Junge für eine Nacht. Mensch. Ich will doch bloß Ihren Buben sehen. Wie sagen Sie dazu? Es kommt überhaupt nie frei. Füßen Sie mir nicht an. Menschenskind. Ich will doch nichts weiter als wissen, wie viele Buben Sie auf der Hand haben. Also, wenn Sie es genau wissen wollen, an jedem Finger zählen. Wir sind alle viel stärker als Sie. Und wenn Sie mich sofort zufrieden lassen, dann kommen die ja alle rein und blasen Ihnen mal kräftig Pfeffer in Ihren alten fetten Arsch.